jo leute was geht willkommen zurück zu we were here forever wir sind letztes mal stehen geblieben hier in dieser arena und wollten ja weitermachen wissen noch nicht ganz genau was wir machen müssen ich wünsche euch ganz viel spaß mit den highlights auf youtube wenn ihr da nichts verpassen wollt gerne ein abo da lassen und ich wünsche euch jetzt ganz viel spaß wie gesagt mit den highlights so jetzt los nein nein was ist ob es nimmt wieder nicht auf das ist mist warum macht er das nicht i hate it was mache ich jetzt wir haben ja ich drücke aufnehmen dann ist es auch hinterlegt aber ich muss es ihm noch mal aus mal also ob er es noch mal neu fahren sonst funktioniert nicht ja 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 es ist es ist zum mäuse melken dann macht es gerade mal fix leute schön im stream bei ich bin sofort wieder da so ich komme irgendwie nicht weiter leute also ich kann hier gerade nichts wochen hallo hallo melde bist du unten in der arena ja aber noch ganz an der wand ich bin oben aber discord ist doch aus trotzdem starten bitte hilfe bei einem drei was wo ist da geräumt so wieder da so und david herzlich willkommen jetzt zu einer zu einem weiteren part von riva hier tun gesaag mit dem suite siehst du mich ich bin welcome back dank schön danke danke okay gut okay ja ich gehe jetzt einfach mal weiter hier wo bist denn du ja was ist denn jetzt meine lass mich nicht sterben was soll ich tun warten das war richtig als nächstes die sichel diese sicher warte 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 müssen schlau machen als nächstes die axt ok da kannst du axt und dann außenrum und dann nach der axt muss genau auf der anderen seite diese der diese dicken diese dicke keule jetzt weiter ja weiter zurück weiter da links und also jetzt wieder zurück quasi den weg da lang aber genau du kannst du über den hammer stimmt nein kannst du nicht kannst du nicht unwürdig ok ja dann aber verstehe ich ok komm weil ich ja ich kann nicht schneller gehen ich kann nicht mit der kugel schneller gehen nach hast du die kugel in der hand ja muss ich ok also dann jetzt erst die rüstung und dann gehst du am besten die rüstung ist direkt am amfang ach so gehst du am besten rechts rum ganz nach rechts nach außen ganz rechts ja ganz nach außen und dann nach links bis zum helm ok dann links und vorwärts schild genau das schild jetzt links und dann nochmal links und geradeaus und rechts und wieder rechts und am schild vorbei ja und dann bis zum dreizack meinst du ach man das gräser hätte viel cooler sein müssen hier geht es wieder runter aber es kommt ja jetzt nochmal was schwierigeres schätze ich du ja geil hier kann ja aber noch runter gehen lasst mich mal runter gehen da wird nichts sein wer weiß das schon ach ja das war ja wahrscheinlich nur wenn ich gut auf falle hast recht doch die jasvie braucht bisschen dass sie gehetzt wird das braucht die dann ist sie besser ok jetzt stopp ich muss doch nach unten oder nicht kann ich nicht drauf so werden genau ich lasse mich nicht hätten egal was der los sagt wo ist denn der hammer was warum bin ich diese pointing was soll ich tun ich sehe nichts ich weiß nicht was siehst du dann bist du unten in der arena ich bin unter der platte quasi jetzt ich kann auch nichts ich kann die kugel auch nicht aus der hand nehmen also ich sehe ja von oben wo du hin musst ah ok was ist das ah ich habe ja du kannst die tür aufmachen oder ja komm wieder hoch ach ich glaube es geht auf zeit oder hört sich so an ja warte mal ok schummler ja kommst du jetzt mal hoch auf den balkon ok bis da ne ja ich bin da ok ich gucke mir das erst an bevor ich hier also als erstes die guillotine siehst du die kann ich nicht ich habe einen helm dahinten ist eine guillotine oh hinten links also in der mitte links von dir aus das da also über den helm muss ich jetzt gehen noch nicht noch nicht ich muss hier erst den schalter oh ich muss den schalter nicht drücken ah doch hinten guillotine geht zur guillotine das geht dann weg ich weiß nicht was danach kam können wir da stehen soll ich vielleicht erstmal ich gehe wieder ich kann nicht zurück gehen wieso nicht da ist es dir wortwörtlich schwerstarbeit dankeschön rolf wenigstens einer der es mag kennt oh aha aber der zeit ich weiß es nicht ich habe es nicht gemerkt leute das ding ist weggegangen der assi das hat er nicht gesagt spring doch mal runter wir müssen nochmal neu machen ich habe mir das nicht gemerkt tschüss tschüss na das wäre ok der nennt mich idiot also als nächstes oh gott man darf nicht man darf nicht schieten und sich das aufschreiben ne ok als nächstes ok wir haben sicher sag das guillotine oder nicht nein nein jetzt ist wieder neu was anderes ach so komm erstmal hoch ja ich guck mir den weg an ja ok sichel ist am anfang und am ende man kann es hier vielleicht auch merken am ende ist nochmal die sichel erstes sichel hinten sichel nach der ersten sichel kommt äh direkt da wo du vorstehst rechts das rechte wo du vorstehst dieses der morgenstern morgenstern genau also sichel morgenstern ok dann ähm das normale schwert ganz hinten rechts hinter der sichel neben dem schild das schwert hinten neben dem schild seh ich nicht ich seh das von hier aus nicht ok auf jeden fall hinter der sichel rechts ist das schwert und dann dieser knüppel und der knüppel ist ja da in der mitte ne da genau genau direkt da in der mitte und dann wieder sichel also sichel morgenstern schwert knüppel sichel knüppel sichel ja ok sichel morgenstern ja schwert knüppel sichel ok dann go ja sichel ist das hier sichel nein nein da hinten 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 noch ein stück weiter da ganz hinten und jetzt links 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 nach hier ja sichel dann morgenstern ja da muss ich wieder zurück genau warte warte dann schwert dann knüppel dann sichel ok jetzt gehen wir hin ja hab ich mir gemerkt so und jetzt zum genau morgensstern da muss ich zum schwert ne genau danach schwert da ganz rechts meinst du ne hinter der sichel ja mhm schwert 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 was war's dann? knüppel der knüppel genau knüppel aus dem sack jo vor dem morgenstern ist der ja neben der eisernern jungfrau mhm mhm und dann wieder sichel ne genau und dann sollten wir es haben nice cool das ging ja das ist ja easy wenn man es erstmal einmal verstanden hat kann ich mal springen gerade die kugel ist so schwer wie kann das sein? hinterhältige ratte hinterhältige ratte und weiter noch eins aber ich sehe nichts oh gott oh gott so jetzt kann ich noch weniger sehen ich weiß nicht ob du uns das merken musst bleib erstmal da stehen ja also als erstes ist der helm ja der ist direkt vor mir dann der da müssen wir wieder aufpassen da musst du mich wieder leiten ja ja das mache ich ok sekunde dann mache ich mir schon mal einen weg also du gehst mit einem helm aber weißt du ich habe hier da unten links von dir unten links die barriere ne ja er hat ein weißes x drauf genauso die barriere ganz hinten rechts ja hier bei der ja bei der sicher ist auch ein weißes x was heißt das wohl ok ich weiß es nicht wir wir sehen es ok als erstes ist der helm warte 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 ich gehe nicht aber es ist glaube ich nicht auf zeit hier ist keine uhr es ist nicht auf zeit ne gehen wir auf den helm ja ok gut so als nächstes ist der strick jetzt lass uns erstmal kurz überlegen danach kommt nämlich die sicher ähm und da muss er weg kommen das heißt du musst jetzt rechts du musst jetzt rechts und links und dann ganz lang geradeaus bis zum strick dann gehe ich links ja links genau links zum strick ja dann zur sicher ja ja jetzt gehen wir hin das ist easy das ist nicht easy you serious wir haben es verkackt du hättest einen vor spring runter du hast verkackt spring runter wir hätten bei der beim strick einen vorher einbiegen müssen ok ich mache schon mal einen weg ja mach mal ich sehe nichts du musst erstmal hochkommen ich sehe gar nichts ja bin gleich da oh es ist jetzt anders naja es ist anders jetzt mhm dann äh weiter weiter jetzt rechts auf die sicher ja dann kannst du warten mhm jetzt rechts links rechts wieder rechts und dann links und dann wieder links geradeaus und links weiter 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 rechts jetzt jetzt links geradeaus 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 und dann links lucky next time und nochmal ach nö das ist wieder auf Zeit jetzt ja das ist auf Zeit aber machen ja hier steht auch noch sind auch drei verdeckte Sachen drunter Ach du Scheiße. Vielleicht Dinge, wo du nicht drauf treten darfst. Die werden aber erst gleich revealed. Also als erstes haben wir den Dreizack, dann Rüstung, dann Knüppel, dann Schild, dann Streck. Dreizack, Rüstung, Knüppelschild, Streck. Dreizack, Rüstung, Knüppelschild, Streck. Ich habe es doch wieder vergessen. Dreizack, Rüstung, Knüppelschild, Schild, Dreizack, Rüstung, Knüppelschild, Dreizack, Rüstung, Knüppelschild, äh, was? Doch, Knüppelschild, Streck. Streck, genau. Dreizack, Rüstung, Knüppelschild, Streck. Dreizack, Rüstung, Knüppelschild. Okay, ich starte. Dreizack. Warte, warte, du darfst nicht auf den Helm. Du darfst nicht auf den Helm. Oh Gott, ich weiß nicht, ob du dann nicht, ja, Scheiße, und dann kommen die Sachen, wo du nicht drauf darfst. Ach Gott. Ah, okay, da musst du mich leiten, weil ich sehe dich so viel mit der Kugel in der Hand. Ja, ja, ja. Ich sehe nicht so gut, was direkt vor mir ist. Oh Gott, Scheiße, okay. Okay, das ist einfacher, weil wir haben zweimal Guillotine und zweimal Strick. Okay, wir haben Strick, Guillotine, Morgenstern, Guillotine, Strick. Das ist einfach. Strick, Guillotine, Morgenstern, Guillotine, Strick. Also die erste Strick, Guillotine. Ja, das ist einfach. Ja. Strick, Guillotine, Morgenstern. Okay. Und dann leite ich dich, ja? Ja. Warte mal. Ich sehe das hier schon, Strick. Alter, der ist ganz am Ende. Okay, warte. Helm, Knöppel, Sicher. Links? Rechts? Warte, warte, warte. Helm, Knöppel, Sicher. Rechts? Rechts? Wieder rechts? Rechts, rechts, rechts. Nee, das war der Knüppel. Ach, Scheiße. Ach Gott, das ist übel schwer. Wir hatten so ein einfaches Ding. Okay. Oder darf ich nur auf die Sachen laufen, die wir da auch, die wir uns merken müssen? Mhm. Okay. Boah, das ist jetzt wieder schwierig. Fünf unterschiedliche. Knöppel, Schild, Morgenstern, Hammer, Dreizack. Knöppel, Schild, Morgenstern. Hammer, Dreizack. Wir sollten uns das aufteilen. Du die letzten beiden, ich die ersten drei, so. Ja, okay. Was habe ich? Hammer, Dreizack. Hammer, Dreizack, okay. Merk dir einfach nur Hammer, Dreizack. Und dann führe ich dich. Knöppel, Schild, Morgenstern. Knöppel, Schild, Morgenstern. Knöppel, Schild, Morgenstern. Knöppel. Okay, okay. Ach, das bleibt hier stehen. Okay, ich muss mir das nicht merken. Ja. Rechts? Wieder rechts? Rechts? Was? Ja. Moin. Ach Gott, das ist voll schwierig. Musst du voll außen rum gehen. Du musst dann ja eigentlich nur gucken, das sind drei Sachen, auf die ich nicht treten darf, oder wie? Ich glaube, da sind so drei kleine Symbole. Aha. Aber das obere geht nicht weg, das ist gut. Also wir müssen uns nichts merken. Als erstes ist die Rüstung. Die Rüstung ist ja relativ nah, das sollten wir wohl hinkriegen. Musst du denn? Fast recht vor dir. Ja, ich sage dir, jetzt warte. Links. Links. Rechts. Links. Also auf den Helm. Auf den Helm. Auf den Helm. Genau. Auf den Knüppel. Ja. Und dann rechts. Und dann auf die Rüstung. Hier? Alter, ist das knapp. Ja, du bist da safe. Als nächstes kommt der Hammer. Okay, der ist da hinten. Wo ist der Hammer? Okay. Sag mir am besten die Symbole, auf die ich treten soll. Das ist einfacher. Okay, dann das ... Das ... Ja, weiß ich nicht was heißt, rechts. Links, links, links. Links, links. Da. Da, genau. Axt. Das, der Axt, genau. Äh ... Dann auf den Helm, dann den Dolch und dann Hammer. Ja. Bist sicher? Easy. Nächster Strick. Als nächstes kommt der Strick. Der da hinten. Ja, warte. Ja. Okay. Auf Schwert, nicht aufs Dolch, genau. Ja. Dann auf die Axt. Dann Knüppel, dann Strick. Okay, gut. Und dann kommt der Hammer. Der Hammer. Wieder zurück. Also den gleich, dann wieder den Weg zurück. Aber wahrscheinlich einen anderen Weg, weil die bösen Sachen ändern sich immer. Ah, okay. Alles klar. Macht voll Spaß bisher, finde ich. Übel. Ganz cool. Auf den Knüppel, auf die Axt, auf die eisernde Jungfrau, auf Schild, auf den Hammer. Ich frage mich, wie viele verschiedene Spiele, die hier programmiert haben. Ja. Weil allein das hier, wir haben es ja schon vier, fünf Mal verkackt und dann gibt es jedes Mal. Ja, vielleicht ist es immer Zufallsprinzip. Jede Möglichkeit, jede Wahrscheinlichkeit oder so. Und jetzt müssen wir zum Dreizack. Warte, warte. Und dann musst du auf das Schild. Ja, aber es ändert, ach so. Auf Schild, auf Schild, auf Schild. Dann eiserne Jungfrau. Ja. Dann Axt. Mhm. Dann Knüppel. Ja. Dann Strick und dann Dreizack. Ja. Das kann nicht Zufall generiert sein, weil du siehst ja, der nimmt immer genau die, wo der direkte Weg dann versperrt wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das so programmiert haben. Die waren das einzeln. Mhm. Geschafft. Live Entertainment, Errungenschaft. Ach so, die muss ich da jetzt wieder. Hä? Ach so, muss ich da jetzt drauf. Das stand neben. Geschafft. Nice. Er geht einfach. Er geht einfach. Da hinten ist nix, ja? Nö, ich hab nix gesehen. Okay. Er geht einfach ohne mich. Ja. Unglaublich. Mach ich so. Oh Gott, hier sind zwei Wege. Du, links, dich, rechts. Ja, ich muss erstmal vielleicht zu dir kommen. Du gehst rechts. Ich hoffe, bei dir geht's nicht weiter. Bei mir geht's nicht weiter. Ach, scheiße. Yay. Oh Gott, hier sind Spinnen. Hier sind Spinnen. Davon will ich nix hören. Das ist Spinnen. Ich auch. Bin gefallen. Gut. 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 Wie springe ich denn nochmal? Rechter Stick. Äh, rechter Knopf. Ja. Ja, aber du musst da auch runterfallen. Sonst geht's nämlich gar nicht weiter. Ja, los, spring. Der kann ja immer nur springen, wenn man steht. Nee. Ich seh dich. Ich hab überhaupt keine Spinnen gesehen. Waren auch keine da. Hast du mich veräppelt? Ich hab nur Spinnengewebs gesehen. Ach so. Oh. 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 Do you hear that pitter patter? Have the rats finally come to visit? Look at them. Oh. Du hast da so magic. Oh, ich auch. Oh. 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 Oh, I apologize for receiving you in this state. I would have cleaned, but these bonds cannot be broken. Only my king can set me free. see you. Penance. Ha. He caused this. Penance. I say he's proving a point. Do you hear? Oh. Oh, what's the key? Total. Lacht mechanisch. Sag mal, wie ich doof. Fünf. Was siehst du? Hallo? Hallo. Sprich doch mit mir. Ich muss erst mal verstehen. Ja, du hast mir einen Weg freigemacht. Hä? Stopp. Stopp, 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 stopp. Du musst auf mich gucken. Und ich muss deinen Weg machen. Ich mach dir jetzt einen Weg frei. Weil du kannst deinen eigenen Weg nicht sehen, sondern nur ich. Ich seh alles. Ach, stimmt doch gar nicht. Mach mal auf hier. Mach mal auf hier. Was ist das denn? Ja, warte mal. Ich muss hier auch mal... Du musst den Schalter von eben einfach nochmal betätigen, bitte. Kannst du auch... Ach so, nochmal. Okay. Ja, das musst du mir sagen. So. Okay. Jetzt Hälfte des Games, kann gut möglich sein. Ne, eben nicht. Ich hab hier das Peak... Ne, Kreuz. Was ich mache. Mach nochmal. Habe ich gerade schon, aber ist nichts passiert. Becher ohne Henkel. Vielen Dank für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Moin. Ähm. Ich hab nur den Kreuz... Ding, sieh. Oder hab ich da unten noch? Warte mal. Was brauchst du denn für ein Symbol? Siehst du das? Hello all there. Äh. Ne. Doch, sehe ich. Warte. Fierg. Äh, Caro. Ja, keine Ahnung. Caro. Warte mal. Caro. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Weißt du, was du jetzt machen musst? Ne. Kannst du nicht einfach nochmal Kleblatt machen? Habe ich, aber da passiert nichts. Okay. Dann, äh, Caro. Ne, das geht nicht mehr. Da mach ich das Herz nochmal. Ich kann kein Caro. Da mach ich das Herz nochmal. Ah. Ja, damit ich da hoch kann. Äh. Ja, jetzt kann ich gar nichts machen. Warte mal. Kannst du das Herz nochmal machen? Ah. Ja. Hä? Ja. Jetzt geht das. Ja, jetzt geh mal runter. Oder warst du da schon bei R1? Ach, jetzt bist du da unten. Ah, von da bist du gestartet. Sag das doch. Kleeblatt nennt man Kreuz. Ja, ja, das ist Kreuz, genau. Ja, dann geh doch noch mal in die 1. Genau, geh in die 2. Jetzt musst du aber Karo machen. Nee. Dann mach Kreuz nochmal. Ja, das geht nämlich nicht, weil das jetzt hakt bei dir. Da, das geht irgendwie nicht. Jetzt ging's. Jetzt. Ich darf nicht auf dem Ding draufstehen. Was ist das? Ah, hier guck. Wo bist du jetzt? Soll ich noch mal? Muss ich noch mal machen? Nee, geh wieder zurück. Nee, kann ich nicht. Ich kann keinen Pik machen. Ich kann nur Kreuz gerade. So, dann. Genau, kannst du nämlich da oben lang? Nö. Nicht? Mach nochmal. Kreuz nochmal. Und jetzt nochmal. Ja, jetzt bist du wieder unten. Bin eingesperrt. Muss nochmal Kreuz. Aber wieso kommst du da oben? Ich weiß, ach mal. Nochmal Kreuz. Nochmal Kreuz. Warte. Stopp. Ich habe Pik. Pik drücken. Ach. Jetzt habe ich Kreuz. Kreuz drücken. Ähm. Du musst mich jetzt leiten, ne? Weil ich sehe nicht, wo ich lang muss. Weiß doch gar nicht, wo wir hinwollen. Ich lauf nur dumm. Naja, wir müssen... Ja, irgendwo nach oben, schätze ich mal, oder so. Keine Ahnung. Wo bist denn du? Ganz oben. Hallo? Hallo? Wo ganz oben? Ach, da. So, was muss ich tun? Sag mir, was ich machen soll. Ich weiß doch nicht. Geh mal irgendwo lang. Ja, du musst mich doch leiten. Geh mal in die 6. Ja, dann komme ich in der 6 wieder raus. Ja, ist so richtig. Und dann hoch. Ja, okay. Hoch, 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 hoch. So. In die 8. Ich gehe in der 8. Kann ich nichts machen. Ah, da ist aber Dreieck. Das kann ich hier aufmachen. Zack. Okay. Ah, nee, das ist Karo, ne? Das ist nicht Dreieck, das ist Karo. Ja. Okay, ich kann auch weiter hochgehen. Nee. Oder... Warte mal. Warte mal. Das ist die 7. Nee, das ist falsch. Da darfst du noch nicht rein. Nein? Okay. Ich denke nicht, weil wir haben keinen Peak. Ich kann keine Peak machen. Oder? Kann ich Peak machen? Nee, ich kann keinen Peak machen. Nee, da musst du bestimmt bei mir irgendwo... Nein, du musst mal gar nach unten. Wie nach unten? Ich bin jetzt wieder unten? Ich sehe nie. Oder noch weiter runter? Zur 8. Ich gehe zur... Nein, 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 nein. Hoch, 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 hoch. Ok. Auf diese Mittelstufe da. Da mache ich nochmal Drive. Ja, hier. Ja. Warte da. Ja. Äh, und jetzt... Gehst du hoch, rechts, zur 9. Ja. Da? Ja, zur 9. Dann gehst du hier in 9 rein und dann kannst du Peak nutzen. Oder auch nicht. Ja, doch kann ich. Du kannst auch noch höher. Hier? Mach mal Peak. Mal gucken, was sich bei mir tut. Achso, ja, ja. Wo bist denn du gerade? Oben rechts. Dort. Kannst du, achso, wenn du Karo machst. Mach mal Peak. Blau. Aha, aha. Ich geh mal hier unten hin. Ja, aber wenn du dann Karo drückst, du musst irgend... Wie machen wir das denn? Achso, du kannst selber Peak mal drücken. In die 4. Ja, da warst du nämlich noch nicht, ne? Ja, ich weiß nicht, wo ich hier ist. Ah, da hast du hier vier. Ja. Genau. Und jetzt, nee, nicht darunter. Genau, ach, da kannst du nicht langen, da ist ja zu... Aber ich kann hier, jetzt kann ich... Genau, gehen wir weiter runter, noch weiter runter zur 3. So, komm ich jetzt, nee, jetzt komm ich ja wieder nicht runter, hast du... Ah, doch, warte mal. Ich muss jetzt nämlich für dich... Nee, Kreuz kann ich ja nicht machen. Weil Karo, äh, kannst du... Nee, wenn du Karo noch mal drückst... Dann kommst du da aber nicht mehr lang. Nur nach oben. Äh, warte mal. Wenn... Ja, geh mal runter. Nee, mach das wieder zurück. Mach das wieder zurück. Ja, und jetzt... Drück mal noch mal Karo. Ja. Jetzt geh weiter. Ah, da kann... Äh, sch... Doch. Oder? Ich weiß nicht, bleib doch mal stehen. Komme ich irgendwie wieder zu Kreuz zurück? Nee, freue mich nicht. Kann ich dir nicht helfen? Lol. Ist das schwierig. Ich kann gerade nur blau drücken. Oh. Wo bist du jetzt schon wieder? Du stehst da noch, ne? Ich kann dir nur blau drücken. Hm. Da kannst du nicht langen. Boah, ist das... ...rück mal Karo. Geh mal in die 9. Das ist eine 6. Ach nee, das ist eine 9. War eine 6. Und dann runter? Oh no. Da stehen bleiben? Scheiße, voll schon. Runter? In die 8? Oder hoch? Warte, hoch ist 7. 7. Ich bin jetzt 7. Ach, scheiße. Geh nochmal zurück. Hm. Zurück? Ich hab's. Auf die mittlere, genau. Da stehen bleiben. Ähm. Warte. Ähm. Wo war denn? Du musst nochmal den blauen Schalter drücken. Wir haben den falschen Schalter-Status. Jetzt nochmal den neuen und dann den Schalter einmal drücken und dann wieder zurück. Ja, okay. Na. Und jetzt zurück. Hm. Wieder runter. Hm. Hier warten. Jetzt wieder eine 7. Äh, hier runter? Nee, das ist die 8. Da hoch meinst du? Mhm. Okay. Und jetzt wo? Mhm. Oh, ich hab mir was gebracht. Ja, jetzt müsstest du blau betätigen. Hä? Oder komm ich irgendwie zu einem blauen Schalter jetzt? Ohne alles wird kaputt zu machen. Ähm. Drück das mal. Ah. Ja, nee. Du müsstest mir einmal Karo drücken. Ja, aber ich hab doch kein Karo. Wie soll ich Karo drücken? Vor allem, du kannst, ich kann dir gar kein Karo da oben drücken, weil du dann von dort gar nicht wegkommen würdest. Du kannst ja nicht runterspringen. Verstehst du? Mhm. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ah, einer muss da oben zu. Du musst da oben hin. Aber wie kommen wir von dort nach dort? Komm ich von dir aus da hinten zu dem Schlüssel, wo wir hin müssen? Dort rechts oben? Ja, ja. Ja? Okay. Soll ich dir grün drücken? Aber kann ich nicht. Geh auf jeden Fall mal zurück, da kommst du ja nicht weiter. Okay. Kannst du grün machen? Ja, aber dann bin ich in der Acht. Weiß nicht, ob das bringt. Kommst du an grün? Jetzt kommst du nicht an grün, oder? Doch. Ah. Ah, nee. Okay, dann komm ich jetzt nicht mehr weg. Oder doch. Sieben? Warte mal. Warte mal. Nee, mach das wieder zurück. Jetzt noch mal? Und grün oder so? Oder komm ich hier gar nicht hin? Ah. Boah. Warte mal. Das ist ja cringe. Also wenn ich hier versuche rumzurödeln, darfst du nicht wieder hin und her laufen. Du musst dann da kurz warten. Ja, ich bleib hier. Ja, ja. Ich geh da runter. Hier ist aber nix. Ja, warte da kurz. Da stehst du. Ja. Du musst Karo machen, sonst komm ich hier nicht weg. Ja, geh wieder in die sieben. Mhm. Mal wieder runter. Ganz runter. Zur 8 oder hier auf die Ebene? Ja. Und die 6? Mhm. Jetzt bist du an dem scheiß Schalter da. Ja. Warte mal, wo stehst du denn? Jetzt drück ich mal. Was Dreiecke drückt? Ja, das macht bei dir da oben gar nichts. Sondern nur hier unten. Warte. Warte. Jetzt kreuz. Boah, alter. Du warst doch da gerade. Ja. Jetzt kreuz. Boah, alter. Was hat da gerade? Ja. Drück einmal kreuz. Drück einmal kreuz. Geh in die 6. Scheiße. Mhm. Zurück. Nochmal kreuz. Mhm. In die 6. Wie kommst du da in diese komische 4? Ich müsste zum blauen Schalter. Nee. Weil du kommst da nicht rüber. Wir müssen beide an den verkackten Schlüssel. Ja, kannst du nicht. Du bist aber oben jetzt, ne? Wir müssen beide an den verkackten Schlüssel. Ich kotze. Mhm. Wuhuuu. Geh durch 6. Und hoch. Mhm. Mhm. In die 8? Ja. Ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Mhm. Ja. Ja. Ja, muss ich. Da stehen. Mhm. Dann da hoch. Hoch. Achso. Ja. Wieder hoch. Yay. Kommst du auch hoch? Ja. Wundervoll. Ja. 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 die folge ja das war ich bin bei so dominos okay ich ach da bist du schau dich mal um so nach oben oder so ich bin bei diesem schaukelpferd bei diesem holz pferd hier ich sehe dich oben über dir okay dann beenden wir jetzt so in verschiedenen universen den part viel dank fürs zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten part